Hallo liebe Pilzfreunde, schön, dass ich wieder reingeklickt habe. Im heutigen Video geht es um die Frage, brauchen Pilze Sonnenlicht bzw. Licht zum Wachsen? Die einzigen Speisepilze, die meines Wissens nach gar kein Licht brauchen, sind Champignons. Alle anderen Pilze brauchen zumindest etwas Licht. Das brauchen sie aber nicht zur Photosynthese wie bei Pflanzen, sondern damit sie wissen, wo oben und unten ist. Haben die Pilze zu wenig Licht, wachsen sie unförmig, werden zu knubbelig oder zu lang. Als Faustregel kann man sagen, dass das Licht so stark sein sollte, dass du dabei Zeitungen lesen kannst. Auf meiner Webseite info.gino.de findest du dazu noch mehr Daten. Um die Lichtstärke zu messen, kannst du zum Beispiel eine App verwenden. Ich verwende Lux Light Meter, das ist kostenlos und reicht vollkommen aus. Wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben oder über einen Kommentar freuen. Wenn du noch mehr über das Pilzzüchten erfahren willst, abonnier einfach meinen Kanal oder schau auf meiner Webseite vorbei. Ich würde mich freuen. Bleibt gesund. Bis bald.